und damit halli hallo und herzlich willkommen zurück hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass du wieder einschätzt zu einem weiteren um sie zwei video ja heute am 30 4 2020 ist ein weiterer dlc für um sie zwei erschienen den wir uns heute hier mal direkt anschauen wollen und das ganze kommt von studio polygon mit dem 400 mc mc pack und das ganze kostet jetzt 14 euro 95 ist ein weiterer britischer bus wir hatten jetzt vor einigen tagen eine kleine variante davon heute ist es der doppeldecker den es jetzt hier in ormsi gibt auch gibt es hier wieder verschiedene varianten man kann hier wieder die englische variante nehmen oder aber wenn ihr den bus halt auf europäischen strecken nutzen wollt also auf deutschen strecken dann könnt ihr sogar das ganze natürlich auch benutzen denn auch hier gibt es die rechte tür variante ob jetzt im single door oder double door das ist euch denn dementsprechend überlassen wir sind jetzt hier heute mit dem single door unterwegs und ja vom modell her muss man wieder sagen studio polygon ja die lassen es wieder krachen das sieht vom modell her aus wirklich hübsch aus schön ausgetailliert alles schön scharf ja so wie man sich das ganze wünscht ja also diese reifen hier wenn man sich das ganze anguckt der wie wie knackscharf diese textur ist kann man hier absolut wieder mal nichts falsch machen und sonst hier hinten schöner auspuff schöner aufbau an sich so der erinnert mich immer so ein bisschen stark an den vdl aber das ist halt so ein bisschen also weiß ich nicht sonst wie gesagt studio polygon mit seinem eigenen repaint hier natürlich das kann sich denn absolut sehen lassen hier vorne noch einzelne schilder hier halt drin und auch innen drin sieht es natürlich extrem hübsch aus gehen wir mal in die fahrgast ansicht und schauen mal wie das ganze hier von innen halt ausschaut sitzen jetzt hier unten ganz hinten die haben eine sicherheitstür die wir sogar aufmachen können das ist natürlich absolut spielerlitz und sonst hier die texturen von den sitzen ja die die gehen in ordnung man darf nicht mal vergessen je höher die texturen sind desto schwieriger also desto mehr leistung benötigt das ganze natürlich ja aber so vom modell her kann sich das glaube doch absolut sehen lassen hier haben wir die treppe nach oben hier sitzen wir jetzt vorne schon fast beim fahrer hier und hier sitzen wir jetzt direkt vorne und ich kann auch schon so ein bisschen in dem fahrerpult hier so ein bisschen rein linsen sonst ist zwar jetzt hier oben also sind wir jetzt die treppe gerade hochgekommen stehen jetzt hier oben und oder sitzen wir stehen hier oben und können jetzt gucken aus dem bus direkt raus bus stopping ja hier oben haben wir dann noch die warnung dass der bus jetzt gleich anhalten anhalten wird ja wir haben die fenster die wir hier auf und zu machen können also auch hier ja kann ich das absolut mehr sehen lassen sogar jede einzelne schraube ist hier ein kompletter eigener 3d körper also das ist nicht einfach nur eine textur sondern das ist halt wirklich in blender hier jede einzelne schraube fest verankert also das ist das muss man schon lassen dafür muss man ganz ehrlich sagen läuft das ganze extrem gut ja auch hier das ist nicht einfach nur eine textur die rauf geklatscht ist oder sowas ja die jetzt halt fotografiert wurde sondern das ganze wurde hier eigentlich richtig eingebaut da muss man schon mal sagen da hat man sich auf jeden fall richtig richtig viel mühe gegeben und sonst ja haben wir jetzt hier zumindest den fahrgastraum gehen wir mal jetzt ins cockpit und schauen dass das ganze mal hier an auch hier wieder kann sich das dashboard mehr als sehen lassen super knackscharfe texturen ja so wünscht man sich das ganze eigentlich ja wir haben natürlich hier studie polygon logo mit vorne drauf finde ich interessant sonst haben wir hier noch so spieler lids hier wo wir jetzt hier zum beispiel die karten hier rauf legen können ja also das geht natürlich auch wir haben hier unsere währung die währung habe ich jetzt übrigens abgeschaltet damit das ganze jetzt nicht wieder so desaster wird so tür geht auf tür geht zu das haben wir letztes mal auch nicht geschafft sonst haben wir hier noch scheine und natürlich unseren pin ja wo wir hier dementsprechend uns anmelden können auch gibt es hier wieder zig verschiedene varianten ob ihr das ganze mit einem zf fahren wollen ich gebe ganz kurz mal hier rüber auf die steam seite was aber hier also außen und innen werbetafeln können hier ausgetauscht werden fahrschutzscheibe mit einer weiteren auswahl von festen oder zu öffnen und schutzscheiben spiegeltypen einschließlich kameraspiegel interne bildschirme für die nächste haltestelle telematik radzubehör razzienblenden alcoa fällen et cetera verschiedene sitzarten diverse zielsteuerung start stop automatik verschiedene fahrkarten automaten ja das einfach nur so eine kleine liste was jetzt hier möglich ist und wie gesagt den gibt es halt in zig verschiedenen varianten ja die version 1.1 ist natürlich auch schon draußen und in der version 1.1 wohnen jetzt weitere varianten mit geringerer höhe jetzt sind jetzt enthalten eine londoner spezifikation ist enthalten mehr lhd varianten einschließlich mehr längen ja also diese busse gibt es natürlich auch noch in verschiedensten längen und so weiter und so fort also ihr könnt euch diesen bus hier so ein bisschen ja bauen wie ihr das ganze die man sprechen möchtet ich guck mal gerade das das muss man wahrscheinlich denn einstellen aber auch hier jedes einzelne objekt ist wirklich ein eigener körper also ja ja ich glaube das ist schon auf jeden fall absolut in ordnung so wir schalten mal an wir wollen natürlich eine runde drehen wir sind auf der karte gainsborough unterwegs ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen wie gesagt ja heute mal eine andere karte mal nicht yorkshire sonst also die karte ist ja nun absolut himmlisch und ja ich weiß ich bin noch eine folge schuldig hier mit dem airport den werden wir jetzt auch demnächst jetzt hier schnell noch abdrehen viel zu zeigen ist ja da nicht auf der karte aber deswegen werde ich mal gucken dass ich das ganze jetzt schneller dann noch mal aufnehmen können wir ja hier noch mal die solovariante nehmen so akzeptieren das ganze exit so und fahren heute von lowton lane nach leer green ja das ist halt so unser ja unser ziel wo wir heute hin wollen hier oben sehen wir zum beispiel dass das ganze sogar aufgenommen wird recording ja also wir können uns hier die ganzen monitore dementsprechend hier anschauen ja hier rechts natürlich der obligatorische lüfter ja den wir hier an und ausschalten können sonst hier der fahrplan so schön in die seite reingesteckt und sonst haben wir hier nichts an der seite das sieht so aus ob man die tür hier aufmachen kann aber ich krieg das gerade nicht hier alles zu fassen ach so ok so aha guck mal da kannst du hier den koffer abstellen und dann kannst du das ganze hier dementsprechend auch wieder zu machen schließen ja also auch so ein kleines spielerlitz hier ist natürlich noch mit drin also ist schon ist schon absolut klasse und sonst wie man es natürlich schon gewohnt sind so ein bisschen alles lcd mäßig und so also das passt schon also das ist schon extrem gute arbeit also die ganze verarbeitung ist schon extrem gut ich weiß nicht was in der letzten folge mit diesem kleinen studie polygon bus passiert ist aber irgendwie gefühlt die deutsche variante war einfach nur schlecht umgesetzt worden ja die 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 britische version die wir hatten die war extrem gut gewesen deswegen kann es eigentlich nur irgendwie an dem ganzen gedöns da irgendwie zusammengehangen haben dass das ganze nicht so wollte wie wir und das ist natürlich dann halt ein bisschen schade denn halt so auch hier ist allerdings wieder ich weiß nicht wie die londoner das ganze hier mal schildern denn hier geht zeit das ist das gleiche wo wir halt über die route ja das ganze schildern müssen wir sind heute auf der 00301 aber die als gehe ich schon gar nicht mehr hin ja und also 0301 aber ihr seht da passiert einfach ein gar nichts ich weiß nicht die schilder das ganze hier mit dem destination code deswegen werden wir das ganze heute wieder mit unserem menü machen und dann passt das ganze schon so grenzburg hospital leer green so das muss passen da sind wir die drei drauf das passt also heute auf der linie 3 so wie spät haben wir es wir haben schon verspätung dann werden wir mal los die karte die ist ein bisschen relativ simpel ja man kann hier schon ein bisschen zeit lassen der fahrplan der ist recht großzügig so ja türen natürlich singel torne die geht dann hier halt automatisch auf wenn man die türen öffnen möchte muss man vorher die handbremse ein drücken denn ohne geht es nicht ja also falls ihr euch wundert der haltestelltaster habe ich bis dato noch nicht gefunden auch nicht bei dem anderen von daher gesagt handbremse rein dann öffnen sich die türen so allerdings hier gerade keine fahrgäste gerade mal kurz war so ein bisschen die karte vorab war ein bisschen gefahren also ich steige auf fahrgäste normalerweise ein allerdings was mir aufgefallen ist ist dass keiner der menschen gesprochen hat und sagen sie immer gut übenigen oder gut day oder sonst irgendwie sowas fehlt hier das jetzt an der karte liegt oder am bus das kann ich jetzt natürlich nicht sagen so die mill lane auch hier keine fahrgäste auch ein bisschen bis der ticket da um springt ja so eine 20er zone aber auch hier ja irgendwie scheint hier gerade was mit der karte nicht zu stimmen warum hier jetzt gar kein fahrgast steht also vom fahrplan her ist alles in ordnung aber auch hier ist alles in ordnung ich bin also ich bin also auch hier es ich bin auch hier ich bin So, links rum. Rechts rum. Ah, eigentlich mal Fahrgäste hier. Hallo, hallo, hallo. Karte akzeptiert. So muss das sein. Sonst müssten wir hier auch hochgucken können. Oder sehen wir, was zum Beispiel dann auch da sitzen. Also, er nimmt das Ganze halt, also er zeigt das halt auch wirklich an. Das ist jetzt nicht nur so ein Gimmick oder sowas. Aber natürlich alles sowas zieht Performance. Hallo und tschüss. Ja, rede nicht mit mir. Mit mir redet sowieso niemand. Und weiter geht's. Also, ich muss immer wieder sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut diese britischen Karten laufen. Ja, es wurde sicher dieser Brixton Airport, oder wie der heißt, dieser Airport hier gewünscht. Ja, also diese ganze Linie dauert hier vielleicht 10 Minuten oder sowas. Aber da war sowieso nichts. Melrose Road, gab das nicht damals eine Serie? Irgendwie mit Melrose oder irgendwie sowas? Wie war da irgendwie? Irgendwie habe ich da was im Kopf. Muss auch schon eine ältere Serie sein. Melrose Place oder irgendwie sowas. Oben auch schön, wie diese LEDs da, also die LED-Leuchte da angeht, wenn die Tür aufgeht. Mal gucken, geht's da aus? Ja, die geht jetzt auch aus. Also der Bus, auf jeden Fall von der ganzen Qualität her, kann man schon sagen, dass das wieder ein absolut schönes Modell ist. Wie gesagt, wir bekommen hier nicht nur eine Variante, wir bekommen hier zig Varianten und wie gesagt, zudem halt noch eine deutsche Variante halt, dass ihr das Ganze dann halt dementsprechend auch auf euren Karten, auf eurer Wahl zum Beispiel spielen wollt, ohne dass ihr jetzt hier eine britische Karte braucht oder sowas. Oh, Manfred will auch mit. Der kommt, Rindmanni. Ja, rede auch nicht mit mir. So, das Piepen war jetzt, weil ich jetzt die Handbremse zu früh gelöst habe. Da hat er jetzt gepiept, weil die Tür noch nicht zu war. Ja. Riverside. So, welcome to Lidl. So, Handbremse rein. Oh, geht schon wieder weiter. Los geht's. Hm. So, haben wir ja ein paar, wir haben ja eine Minute hier gut gemacht, obwohl wir hier in Verspätung gestartet sind. Ähm, ja. Also der erste Eindruck natürlich, ja, es ist wieder ein sehr, sehr schöner Bus geworden. Von Studio Polygon, also da muss man, glaube ich, nichts groß sagen. Wie gesagt, ob dieser DEC jetzt, äh, ja, notwendig ist, ist natürlich immer so eine Geschmackssache. Ja, britische Karten, wirklich viele gibt's nicht, ja. Also, man hat natürlich diese Karten, die wir jetzt hier zum Beispiel gerade so fahren und alles sowas, ne. Also, das ist natürlich schon. Boah, alter. Was ist da denn los? Zieht der hier einfach rum, hier? So, Lidl. So, Lidl. Kask-Kate? Okay. Oh. Das ist aber gut gegangen. So, hier habe ich jetzt einfach mal ein bisschen ausrollen lassen. Und, äh, das schätzt der scheinbar nur überhaupt nicht. Oh Gott. So, jetzt, äh, wollte er gerade nicht. Genau, also, wie gesagt, es gibt da, ja, es gibt auch noch ein Airport, äh, eine Airport Specification. Den könnte man zum Beispiel auch, zum Beispiel, den, äh, im Bristol Airport zum Beispiel benutzen. Ähm, es gibt halt die Variante 10,3 Meter. Es gibt eine Variante 11,5 Meter, 11,4 Meter. Äh, ja. Boah, sonst, also unter 10 Meter gibt es hier gar nichts. Es gibt hier auch scheinbar noch einmal mit einem Scania-Getriebe. Äh, könnt ihr euch das Ganze auswählen. Äh, Low Height, also eine, eine geringere Höhe. Und so weiter und so fort. Also, das ist hier wirklich nicht nur ein Modell, was hier geliefert wird, sondern es sind halt wirklich zig Modelle. Und das für einen Preis, wie gesagt, für 14,95 Euro oder 14,99 Euro auf Steam. Das Ganze wird übrigens publisht, auch von Aerosoft. Ja. Und, äh, leider gibt es auch keine, ähm, ja, kein Rabatt, äh, wenn ihr den vor DEC besitzt, ja. Den Studiopolygon Lightpack. Oh, wir sind falsch gefahren. Wir sind falsch gefahren. Wir hätten hier abbiegen müssen. Ja, genau. Gott sei Dank habe ich es noch mitbekommen. Gott sei Dank noch gesehen. Dachte mir so, öh, 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 bestimmt gerade nicht. Hier müsste es, hätte es jetzt hier abbiegen müssen. So, jetzt muss er natürlich kurz wieder laden. Ist aber, ob sie wieder fast kaputt gemacht hier. So. Auch schön hier, ne. Also, man kann hier wohl ein- und aussteigen gleichzeitig. Und zwar ist ja immer so gewesen, dass sie ja halt immer nur, ähm, erst ein-, äh, ausgestiegen sind und dann eingestiegen sind, ne. Das ist, wie gesagt, hier auch nicht der Fall. Also, an sich muss ich wirklich sagen, ist ein wirklich schöner Bus. Wie gesagt, ich kann, ich kann es halt verstehen, wenn ihr jetzt sagt, zum Beispiel, ja, aber es gibt doch keine britischen Strecken so wirklich. Also, insgesamt, glaube ich, bietet sie fünf Hofdateien durch fünf britische Strecken. Aber die halt, da ihr die Möglichkeit habt, das Ganze ja zum Beispiel noch, äh, joa, auf deutschen Strecken zum Beispiel zu benutzen, äh, finde ich, das, geht das schon komplett in Ordnung. So, komm. Zeit ist Geld, Geld haben wir nicht. Obwohl, wir haben hier zwei Minuten Verfrühung. Äh, was uns jetzt hier noch erwartet. Oh, wir haben gerade eine grüne Farce, komm. Die will ich haben, die Ampel. Stehst du nämlich echt ewig. Sie fahren so schlecht, dass alle aussteigen wollen. Ah, ja. Das ist mir vorhin auch schon an der Stelle passiert. Hier muss irgendein unsichtbarer Körper sein oder sowas. Ich bin nur gegen Bordstelle gekommen. Wer weiß. Wer weiß, was hier los ist. Vielleicht steht da ein Auto, ja. Man weiß es nicht. Trinity House. Ja, viele Fahrgäste hatten wir eh nicht mehr drin, ne? Meistens ist es schon, äh, davor ja ausgestiegen. Da passt das. Ja, ihr könnt gerne eure, ja, Meinung zu dem Bus hier in die Kommentare posten. Selbstverständlich. Ich lese mir alles durch. Ja, also. Keine Frage. Wie gesagt, also, ein Rabatt gibt es hier nicht, ja. Wenn ihr den, äh, vor DLC besitzt, das ist ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht noch was machen können. Aber, vielleicht gibt es den Bus ja auch über Games Planet. Ja, dann, äh, guckt vielleicht heute mal laufend des Tages einfach mal bei Games Planet rein. Ich werde versuchen, sobald der Link verfügbar ist, das Ganze dann, äh, reinzustellen. Da könnt ihr uns sogar noch, wenn ihr möchtet, uns, äh, unterstützen mit. Wenn ihr das Ganze dann dementsprechend auf Games Planet kauft. Ohne, dass ihr mehr zahlen müsst. Oder sonst irgendwas. Ja, muss man auch mal dazu sagen. So, die drei bitte geradeaus weiter. So, hier war ich schon gar nicht mehr. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt hier richtig war. Äh. Johns Church. Okay. Ja, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Aber wir sind schon wieder viel zu früh hier. Das heißt, wir werden mal die Uhrzeit mal vorstellen. Auf zwei Minuten. So, aber auch weiterhin kein Fahrgast hier. Dann geht's weiter. Gut. Oh, 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 oh. Kommen wir da durch? Kommen wir da durch? Oder reißen wir uns das Dach jetzt ab? Hey, 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 hey. Nein, wir kommen da dicke durch. Oh, die Straße wird immer enger. Was ist hier los? Stafford, nee, Stafford Street. Aber wenn ich dann immer so diese Street-Namen immer lese, muss ich immer an Silent Hill denken. Ja. So, aber keiner will mit. Weiter geht's. Ja, genau. Zieh durch. Oh, gleich Zwie-Transporter hier. Ist das gemein hier. Ist das gemein. Aber wir passen hier locker durch. Hier hätten wir auch mit 50 durchbrechen können. Ein Hänger ist jetzt hier äußerst unklug. Rechts vor links. Gibt's sowas überhaupt? Oder hier wäre es ja wahrscheinlich links vor rechts oder sowas, ne? Oh, in der Kurve. Das ist... Herausforderung pur hier. So, hier haben wir auch keiner. Dann geht's weiter. Alter Falter. Wie sieht's hier aus? Alter Falter. Ja, aber nicht wegen, äh, wir fahren zu schlecht oder sowas. Oder er will hier regulär raus. Boah. Mach mir die Sinn, Flut hier. Und zwar kommt hier kein Auto von vorne. Dann hättest du, äh, hättest du Probleme. Warum lässt man Autos hier parken? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So, das ist die Drake Street. Ah, ich hätt eh da zu viel Uncharted gespielt. Nathan Drake. Jetzt haben wir natürlich Verspätung hier, ne? Äh, das ist jetzt natürlich, äh, nicht so geil. So. Wollen wir uns ein bisschen sputen hier. Leer Road Station. Kart akzeptiert. Der ist hört sich gut an. Ding Dong, Ding Dong. Ah, die Brücke sieht relativ hoch aus. Sollten wir keine Schwierigkeit haben, da durchzukommen. Aber echt schön gebaut, die Karte. Das muss man mal lassen. Also die ist wirklich schön gebaut hier. Das ist ja wirklich, äh, Abwechslung auch drinnen. Nicht immer nur geradeaus oder sowas. Teilweise sah es echt so aus, als ob die Karte permanent nur geradeaus geht. Oh, nein, oder? Nein. Tut mir leid, aber hier packe ich nicht ein. Das ist mir durch. Tschüss. So, Drover's Kurt. Ey, was ist hier los? Hier, Drover's Run hier, ne? McLeods Töchter. Mein Gott. Woher ich sowas kenne. Schande. Aber es fährt sich sehr angenehm. Fährt sich echt angenehm. Ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie diesen, äh, Studio Lightbus irgendwie kaputt gepatcht haben. Weil mir war der am Anfang echt super. Und dann fühlte er sich halt irgendwie nicht mal richtig an. Und das halt, äh, kann natürlich durch Updates passieren, ne? Sich das Ganze irgendwie kaputt patchen. Ich hoffe, dass sie das irgendwie nochmal da in die richtige Richtung bekommen. My Flower. So, als ob er hier mit 40 Meilen fahren. Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, kurz warten hier immer, nicht wie wir sind, aber wenn keiner mit will, Pech gehabt. Das sieht so aus, als ob wir hier immer gegen die Laterne fahren, aber ne, die ist ganz knapp, ganz, ganz knapp, geht sie über den Bus. Ich habe jetzt schon gedacht, was ist los hier? Die KI ist ein bisschen falsch hier. Ich habe jetzt noch eine schöne Strecke. Die ist auch schon eine schöne Fahrzeit. Ich glaube, wir lernen uns jetzt auch langsam, ja, Lea Green ist unser enthaltener Punkt jetzt, enthaltener Stelle. Das ist eine sehr schöne Strecke halt auch, ne. Und die Performance wieder mal astrast rein, ja. Richtig, richtig gut gebaut hier alles. Tatsächlich macht so omsi Spaß, wenn du so ein flüssiges Gameplay hast. Aber naja. So, einmal waren wir zu früh, aber sonst hat es gepasst. Tja, und das war es dann jetzt auch schon wieder von der Folge. Und, ja, hoffentlich konnte ich euch der DRC Eindrucksfolge hier zeigen, wie das Ganze sich hier so verhält, wie man hier so fahren kann. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Meinung ist, der fährt sich sehr angenehm. Aber dadurch, dass wir in der letzten Folge den kleinen Bruder davon gefahren sind, ja, war das irgendwie alles gefühlt kaputt. Jetzt kann aber wie gesagt sein, dass es jetzt nur die deutsche Variante war, die sich jetzt einfach so schlecht gefahren hat. Weil ursprünglich fand ich den Studio Lightbus eigentlich ziemlich gut. Ja, der hat sich auch genauso wie der jetzt hier relativ schön gefahren. Die Auswahl, die hier zugegen ist, ja, was wir hier alles haben können, dass wir das Ganze halt in der britischen Version oder halt in der deutschen Version hier spielen können, das wertet das Ganze nochmal so ein bisschen auf, dass das halt nicht nur für einen Bezirk zum Beispiel begrenzt ist oder sowas oder für ein Land begrenzt ist, sondern dass ihr das Ganze halt auch auf deutschen, wie gesagt, Content benutzen könnt. Repaints, denke ich mal, kann man da bestimmt auch das ein oder andere rausholen. Wahrscheinlich gehe ich mal stark davon aus. Also so im Großen und Ganzen finde ich das Ganze schon ein extrem hübscher DEC. Wie ihr das Ganze jetzt so findet, müsst ihr euch jetzt natürlich jetzt ausmachen, ne. Eigentlich an sich kann ich jetzt eigentlich sagen, die Fahrt sehr gerade, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das kann man hier auf jeden Fall lassen. Und wie gesagt, wenn ihr später mal vielleicht auf Games Planet mal vorbeischaut, dann gibt es da vielleicht eventuell eine vergünstigte Variante, wo ihr nochmal 10, 15% sparen könnt. Und sobald da ein Link vorhanden ist, will ich das hier unten natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich, hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage Tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020